Perfekt, sehr gut. LOL. Hä, wie kommt der jetzt nicht mal hoch? Ah doch, jetzt über die Kiste hab ich nochmal geschafft. Alles klar, perfekt. Jetzt könnt ihr einfach nur hier hochkommen. Aber mehr gibt's hier nicht. Ich muss echt mal Lob an die Entwickler, also die das hier gemacht haben. Ich muss mich nochmal angucken, das muss ich nochmal echt sagen. Es gibt echt, also wenn Jump'n'Runs früher schon so ausgesehen hätten, weiß ich nicht genau. Also es ist echt beeindruckend. Hä, Magnetschilde? Hast du ein Magnetschild? Ich hab ein Magnetschild, aber... Ah! Hast du, hä, hast du grad Voice-Over-IP gemacht? Ja. Du hast grad Voice-Over-IP gemacht oder so. Ich hab die zweimal gehört. Ach, ach, okay, wenn ich das Magnetschild aktiviere, hab ich... Oh, warte, ich muss es noch kurz ausmachen. Wird die Kiste da oben gehalten? Nee, die Kiste hängt an den Stacheln. Kannst du, kannst du die Planke, kannst du nicht einfach eine Planke hinmachen und die geht zu dir runter? Ja, stimmt, das wär' ne Idee. Probier's doch mal. Warte mal, ich geh mal weg. Ja, jetzt musst du so hoch, hebst du hoch? Hebst du hoch? Genau, und leg die... Hä? Was ist jetzt mit der Kiste los? Ist die verschwunden dadurch? Kannst du wirklich nur so und so viele Objekte machen insgesamt? Ja. Ja, machst du, musst du halt eine Planke und eine Kiste machen, sonst geht's nicht. Ja. Ja. Dann mach' mal eine Kiste... Ja, Homer, mach' nochmal das... Genau, mach' nochmal den Hebel hoch, bei dir, Homer. Links? Ja. Ach. Genau. Und jetzt kannst du das wieder runterkleppen und da musst du jetzt eine Planke und die musst du jetzt festhalten. Ja. Die ist zu kurz, oder? Oh, schuld, nur die ist zu kurz. Ja, warte, ist kein Problem. Halt' einfach den links gedrückt. So. So. Das mach' ich so lang, wie es geht. Ja, das, das reicht, das reicht. Ja, das reicht. Perfekt, jetzt schnell hoch. Homer, du auch? Perfekt. Ja, gut. Sehr gut. Sehr schön. Ich seh' nix. Hier muss links und rechts, also hier muss oben das Wasser, quasi. Ah, perfekt. Hä, wie... Warum ist das Wasser noch... Ach so, das hat der Magier gemacht. Ja, klar. Sehr gut. Schnell geschaltet. Au. Nein, sieht aus wie ein Fliegen... Ne, ist es ein Fliegenpilz? Sieht aus dem Fliegenpilz ein bisschen. Ja, sieht irgendwie aus wie so ein bisschen wie eine fleischfressende Pflanze, oder? Aber wo ist der Mund? Ist rechts links mehr? Ja, klar. Ohne Mund. Ja. Guck mal, hier rechts... Ach so, hier rechts ist nur Checkpoint, da rechts geht weiter. Ja, ja, ich weiß, also... Ja, gut, wir laufen ja von links nach rechts, ne? Homer, was machst du wieder rum? Schießt wieder. Ich hab grad Voice over AP ausgemacht. Was denn? Damit ich jetzt auch das Magnetschild benutzen kann. Oh Gott! Ich hab's gerade so geschafft, gerade so. Ich glaub, da unten ist aber noch was, ehrlich gesagt, oder? Ne, ist nix mehr. Ne, ne, braucht nicht runter zu gehen. Ich zieh deine Gedanken... Alter, jetzt wird's hier nacht, nächtlich, ey. Ja, springt... Oh Gott. Was ist das? Junge, was ist mit dem... Ich hab ein Magnetschild, lauf mal an! Ich hab ein Magnet... Scheiß, alles noch... Hä lol, was ist das denn bitte? Mach das nochmal bitte, ich will das mal sehen. Aber erst, wenn ich drüber bin. Ja, ja, okay. So. Was genau ist jetzt die Fähigkeit? Zeit mal. Ach, ich hab das zusammengeklebt, Magnetismus! Ja, guck, jetzt... Mach jetzt ne Planke mal da drüber. Mach das doch mal hier gerade. Noll! Guck, jetzt kleben die nämlich zusammen. Alter, was zu... Ja gut, aber nicht... Ja, doch ein bisschen. Doch, doch, doch. Huch! Ja, wenn die Kiste jetzt da gewinnen, wär ja schon. Oh, Gegner. Oh, den Scharfschützen hab ich getötet da hinten. Der ist down. Oh, jetzt einer mit Schild. Oh, der macht aber... LOL, warte mal, von hinten kam noch einer. LOL, du hast den mit der Planke zerstört. Sehr nice. Flächenangriff. Ja, echt? Oh, ich hol mal, ich hol mal eben den... Genau. Sehr gut. Was war das für ein Ding? Äh, das war Lebensenergie und halt Erfahrung. Doch, hast du keinen Schaden bekommen? Achso, ne, du hast ein Schild benutzt, ne? Aua! Aua! Alter! Warum schiebst du das wieder gegen mich? Äh, du brauch... warte mal. Hier oben links ist noch was. Da brauch ich nicht mal ne Kiste. Brauch ich mal ne Kiste. Oben links. Wart, äh... Ja gut, das ist schlecht. Mach doch mal eine Kiste hier einfach hier hin. Ja, warte. So. Aua. Jetzt darf mich das Ding nicht nochmal treffen. Ja, alles klar. Ich bin dort. Lol. Ja, lass mich fallen. Aber wenn dir da weiter geht, dann ist da direkt ein Checkpoint. Ja, ja, machen wir schon. Alter! Ja, jetzt wird auch ne... Genau. Ja, sehr gut. Äh, ja, 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 warte. Jetzt... Oh, ich bin down. Nein! Aber ich hatte da doch ne Kiste hin gemacht. Ja, aber die hast du verlor... Was da auf einmal alles rumfliegt. Der ist direkt, wenn du die zwei Nadeldinger da über... Ähm, Alter. Ja, das war's. Du schaffst das alleine. Ja, aber vorher war er ewig gerade. Am letzten Checkpoint vorsetzen ist ja egal. War eben schnell. Oh, ach du, der war hier hinten? Ja. Ah, easy peasy. Ja, weil ich so nett bin und nehm ich diese... Ja gut, das ist ja auch ein Koop-Spiel, ne? Ich bin ja auch so nett und schieß irgendwelche Sachen mit meinen Pfeilen runter, ne? Und hol die Geheimnisse von überall. Oh, Homa! Das Schild hält nix aus! Ja, die Dinger sind ja auch ein bisschen schwerer als sein Drecksschild, ey. Das ist ein Checkpoint, den nehm ich mal gerade. Ja. Genau, den meinte ich. Oh. Alter, willst du mich verarschen? Oh, Mann! Jetzt! Ja! Lauf! Spreng! Äh, hier unten, hier unten ist ein Rätsel mit einer Pflanze und hier unten links ist auch was sehe ich. Warte, komm mal wieder einer hoch. Weil da oben ist noch so eine Viole. Warte, komm mal wieder einer hoch zu mir. Kommen wir nicht mehr raus. Doch. Ne, hier unten ist, hier unten ist noch ein Rätsel. Ach so, das meinst du. Warte mal. Ab geht's. Ja, da müssen wir aber eh lang. Wir müssen da eh lang. Unten drunter ist noch ein Gerätsel. Ach so, das ist der normale Weg. Ja, ja. Ja, hier sind schon wieder... Guck mal, magnetisiert. Die bleiben aneinander kleben. Ja, ja, das haben wir ja schon gesehen. Aber das halt nicht immer. Unten ist noch ein Rätsel, Freunde. Unten sind noch Rätsel, Freunde? Ja, hier, ja, hier. Guck mal. Und dann muss das Blatt noch... LOL! Dann muss da... Genau, das Blatt muss noch hier rein. Dann müssen zwei Leute hier drauf stehen. Genau, perfekt. Haben wir das jetzt ne? Ne, du musst das Blatt noch ziehen jetzt. Dass es da rein stiftet. Ah, so. Jetzt, jetzt musst du noch da drauf stehen einfach, genau. So, ja. Jetzt haben wir's. Ja, jetzt klappt's. Doch, jetzt. Oh, ne Pflanze. Ach, das hat uns so ein Blatt beschert. Ja gut, aber das ist für den Zauberer gut, ne? Sonst kommt der da nicht weiter. Da war ich schon, hab ich schon. Nein, oder? Das hab ich geöffnet. Da hab ich schon geholt. Ich schaff's trotzdem nicht. So, ein Bob. Oh. Levelaufstieg schon wieder. Alter! Alter! Jede Möglichkeit nutzt der aus, ey. Loll! Ich komm auf das Blatt nicht drauf. Mach mir doch mal ne Flanke. Komm, Bart. Sehr gut. Danke. Ah, schade. Direkt wieder hochgesprungen. Ich wusste doch, was du gewitzter, die du hier vor hast, ey. Loll! Skifahren, surfen! Loll! Oh mein Gott! WTF! Das ist Shrek in einer etwas anderen Variante! Wow! Ich bin hier oben drauf! Bitches! Bitches! Ich bin tot. Alter, was hat der für nen geilen Namen? Äh, für eine geile Stimme. Alter, der hat mich mit einmal weggezogen. Alter, ja. Hab ich wieder noch rumglitschen, Alter? Oh, Moment. Ich geh mal, hau mal ab. Ich häng auf dem... Ach, jetzt können wir den von hinten attackieren. Uiuiui. Oh, tot. Ja, ich auch. Komm, hau mal. Du machst nen Blatt. Ja, und jetzt ist Shrek da drin fest. Jetzt kannst du angreifen. Brumm! 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 Boah, da hast du vor den Hammer in den Arsch gerammt. Ah! Das sind voll deinen Hammer in den Arsch gerammt. Springe einfach mal durch die Kugel. Oh mein Gott! Bitte! Boah, ich hab nur umgehauen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Komm, der hat nicht mehr viel. Noch einen Schuss. Ich hab... Ich hab... Ja, ich hab... Ich hab ihn gewonnen hittet. Aber wie werden sie wohl mit der Hexe fertig? Wie sind wir noch nicht da? Ja, ich... Ich lass euch nicht mehr raus. Ja, danke. Ja. Ich geh dann. So. Alter, aber der Boss war awesome. Guck mal, wie der jetzt... Guck mal, der lutscht grad seine eigenen Eier. Kannst du den noch hochheben? Nee, geht nicht. Oh, jam, 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 jam. Oh, jam. Oh, jam. Oh, jam. Oh, jam. Deine Keule leider auch nicht. Das könnte ich hier wie bei Harry Potter... ...dem Ogre machen. Ach, stimmt. Ja. Ja. Gas. Ich hoffe, wir kommen unbeschadet da durch. Äh, du kannst das Ding... Du kannst das Ding hier bewegen, wahrscheinlich. Bewegt das mal. Ah, ja doch. Du kannst das quasi Stück für Stück rüber, wie so ein... Moment. Genau. Ein Spinnenbein. Alter, wie geil. Ja. Das ist ja immer mega awesome. Ja, ja. Nur nicht vielleicht... Nicht ganz so weit. Weißt du, genau das passiert nämlich dann. Das passiert dann! Nicht das noch! Tja, ich hab... Ich hab mich zum Glück noch festgehalten, ey. Hä? Was war das? Komm schon, ich komm da dran. Fuck! Halt mal kurz da an, dann kannst du den mit der Kiste hochziehen. Ja, nicht mich. Okay. Ja, war auch nicht... Ja, jetzt noch links. Links, links oben. Ja, aber ich... Hat er, hat er, hat er. Hat er. Scheiße. Das sag doch mal, wenn du in deine Hose guckst, ne? Ich dachte, das Ding war länger. Boah. Ja, mir ist das jetzt angefangen, weil ich grad gefasst hab. Ja, ich muss mich mal recken und strecken. Ein riesengroßes Baumhaus. Baumhau uns. Und der Trine möchte, dass wir reingehen. Ach, der Trine könnte uns besser sein. Alter, leck mich am Arsch, ey. Krass. Die Fackeln im Baumhaus flackerten nervös, als die Helden eintraten. Es schien unwahrscheinlich, dass das Haus einer Blume gehörte. Nicht einmal einer intelligenten, sprechenden Blume. Aber die Wärme im Haus war eine willkommene Abwechslung nach einem Tag im Morast. So sehe ich das auch. Und los geht's, Freunde. Awesome. Alter, leck mich am Arsch, ey. Allein zu kleinen Details, wenn du hier so lang läufst und dann der Schatten hinten an der Wand da, wa? Siehst aus wie ein Gorilla, Alter. Leute, Xalas macht einfach schon mal weiter. Scheißegal. Leute, wir werden gekocht. Hä, kommen jetzt noch mal neue Dinger? Wat? Ja, ich komm doch sonst so hoch. Aber du wolltest das eigentlich auch stilvolle Art und Weise machen. Oh, hier oben ist noch, hier oben ist noch was. Direkt über uns, über uns sind noch ein paar Kugeln. Oh, fuck. Nein! Links. 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 Okay, stopp. Noch weiter links. Ja. Hab alles. Alles klar. Ah, guck mal hier. Liebe Izzy, leg dieses Medaillon an und folge mir durch den Spiegel. Schleichen wir uns heute Nacht raus. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Danke für die Rosen. Rosabelle. Wir sind also bei Rosabelle im Haus. Ah, ja. Und guck mal an, da oben der Spiegel. Was? Der Spiegel, über mir. Ja, du bist viel weiter. Ach so, sorry. Oh, Portal. Portal, das ist Portal. Pass auf. Du kannst denn da unten, der kommt unten raus. Der kommt unten raus. Ja, nice, Freunde. Da ist das denn. Oh, warte mal, warte mal. Oh, warte, 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 warte. Ja, ich hab's auch gesehen. Zack. So, sehr gut. Alter. Loll. WTF. Boah, die macht Damage. Alter, die hat mir ne Hälfte Damage gemacht. Das ist ja krass. Ich treff dich nicht. Ich bin so ein Idiot. Boah, bitch, bitch, bitch. Sehr schön. Okay, sehr gut. Okay, sehr gut.